U-U-Löwen! U-Löwen! U-Löwen! Hallo, ich bin der Maximilian Engel, Torwart der U19. Hallo, mein Name ist Moritz Heinrich, ich bin jetzt das zehnte Jahr bei 60. Hallo, ich bin der Felix Zulukay. Hallo, ich bin der Marco Hiller, ich bin Torwart der U19 und U21. Hallo, ich bin der Kieger Jakob, ich bin Linksverteidiger in der U19. Hallo, ich bin der Christoph Dafterner, ich bin 17 Jahre alt. Hallo, ich bin der Julian Justfan, ich bin 17 Jahre alt. Hallo, ich bin der Martin Gambusch, ich spiele bei der U19 und bin seit vier Jahren hier, glaube ich. Ausgezeichnet, ausgebildet. Unter diesem Motto konnten sich neun Löwen von morgen einen ersten Eindruck von der Medienwelt verschaffen. Provokante Fragen inklusive. Spatzenpfeifen ist von den Dächern, sie haben neun Fünfjahresvertrag zu unglaublich viel Geld unterschrieben. Stimmt das? Ne, stimmt leider nicht. Das sind in den Vertragsverhandlungen, aber unterschrieben ist noch gar nichts. Neben Theorie und Informationen rund um alle Medien waren vor allem Praxisübungen vor der Kamera angesagt. Das Fazit? Dass man halt wirklich versucht, nicht irgendeine Rolle zu spielen, sondern so bleibt, wie man ist. Und dass man auch mal mit seinen Emotionen, dass man emotional rüberkommen kann und dass das halt einfach dazu gehört, dass man sich als Mensch präsentiert, wie man ist und sich jetzt nicht versucht irgendwie zu verkaufen, wie man gar nicht sein sollte. Ich fand's informativ, ich könnte echt viel mitnehmen und ich denke mal, dass man jetzt vor der Kamera auch ganz anders auftreten kann, als davor. Nicht mal so nervös ist und auch ein bisschen ruhiger und besser darin fühlt in der Rolle, wenn man so beobachtet wird quasi. Ich wofür welche. Ich war's zu nehmen und sich nur ein bisschen wögel. Ich wofürutar ich. Ich wofür habe ich. Ich wofür? Jetzt bin ich Farm zu spieträgen.